Diese hier angebotene Fünf-Zimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. April 2013 bezugsfrei. Die gut gepflegte Maisonette-Wohnung befindet sich im Rhein-Sieg-Kreis. 1999 wurde das Mehrparteienhaus erbaut. Die großzügige Maisonette-Wohnung verfügt über einen Außenparkplatz und zwei Badezimmer. Die Wohnfläche der Maisonette-Wohnung liegt bei 190 Quadratmetern. Die Warmmiete des Apartments beläuft sich auf 1.450 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.